Servus Leute, willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir zocken heute wieder eine Runde Kerl für die Black Ops Cold, weil natürlich ist Tiger auch dabei. Servus Tiger. Servus Vortex. So, du hast die Spiele so gestautet, perfekt. Schaff ich das nicht schnell? Tarnungen. Mir fehlen genau noch immer noch die vier gleichen. Ich habe mittlerweile bin ich ein bisschen besser. Mir fehlen nur noch drei Tarnungen. Okay, bei einem brauche ich noch einen Weitschuss, dann habe ich die Berufsstück-Tarnung, bei einem anderen 26 und bei dem anderen halt dieses andere mit, Dinger, ja. Ja, diese, wie heißt es, mit Weitschuss, äh, Weitschuss auf jeden Fall, nicht Weitschuss, mit, mit, mit. Wie sagt man jetzt das so, Dinger? Helft mir doch, Alter. Dieses geblenderte oder angedischte von Granaten. Ja, genau. Ja, wo du sagst, mit Granaten oder mit, äh, Blendengranaten. Ja. Blenden oder, äh, Granaten, äh, Musch, und dann Musch den halt killen mit deiner eigenen Waffe. Ne, war da, wo ist, ey. Drei, zwei, eins, let's go! Ne, ich sehe dich. Hab ich. Latsch, ich bin gelingen, du bist, sagt man. Nein! Oh, shit! Dinger, direkt gestorben. Warte mal kurz, ich muss meinen, ähm, Bumsdings, wie heißt meine, kurz runterstellen. Alter, da wirst du eine Granat in, und sofort in diesem Moment kommen sie. Alter! Das ist auch. Alter! Achtung, von da hinten. Shit. Wenn ich den jetzt noch krieg, dann zählt das hoffentlich alles geblendet ist. Ne, das ist der schon weg. Ach, von hinten, Dinger. Ich hab da kurz, da liegt einer. Wo? Äh, die haben ihn schon. Das gibt's nicht, Alter! Junge, was ist jetzt los? Ich werd die ganze Zeit gekillt, wie so ein Deck größter Lappen, Alter. Also auch, Partix, da ist einer. Ja, ich hab's gecheckt, Alter. Hä? Digga, was ist das gerade? Ich schwör auf alles, ich blicke halt gar nichts mehr. Das geht mir grad bis hin zu. Nein, und von hinten. Nein, und von hinten. Also jetzt kommt die Kabine nicht mehr mit. Da ist einer! Hab ihn. ausgelöscht. Feindliche Fernlenkladung in eurem Einsatzgebiet. CIT verteidigt unsere Freiheit. Warte, X, pass auf. Wo? Ja, da, hinter dir, aber den hab ich schon geholt. Wenn der jetzt da rauskommt, dann... Nein! Ich hab den ganz genau investiert, Mann! Hinter dir! Du musst aufpassen, weil... Ja, ich hab gerade eine andere investiert. Ja, ich hab den... Wir denken halt liegen. Das ist da hinten, ich glaub, das ist weg. Na, komm. Granate geworfen! Leute... Leute, mich verarschen! Ihr Dreckscamper! Ihr Dreckscamper! Zupterabschluss untereinander, Digga! Ja, du Dreck, Digga! Geschütze bereit für den Einsatz! Na, kommt da einer jetzt! Komm, nicht anklickt, Digga! Von ner blöden Dreck gegen Granate! Da ist einer! Nein! Was ist hinter dir? Ich hab's gemerkt, der stand direkt hinter dir, so... Farscht gefühlt. Digga, ich hatte sieben Abschüsse. Das war mein achter Abschüsse hintereinander gewesen. Und der ist da immer noch... Ach, hier ist der Blick grad nicht... Nein, Digga! Komm, nicht bitte heute! Mann! Wo ist der? Da! Du! Ja, ich kann grad nix sagen. Ich seh grad nix. Komm, geh weg, Mann! Nein! Deswegen bin ich noch ins Haus reingerannt, Mann! Ich lau' dann jetzt einfach in die Mitte rein, ist mir so aus ihm egal. Oha, wie viel hab ich geholt mit meinem Napalmangriff? Alter! Ja? Was ist? Oha! Wie viele Napalmangriffe wollen noch? Klar! Natürlich! Ja, und der eine hat sich selbst gekippt mit seinem Napalmangriff. Echt, oder? Achtung! Da steht direkt einer um die Ecke da oben. Splittergranate! Die stehen da hinten alle hinter dem LKW. Ich weiß! Na toll! Alter! Was ist denn für grüne Munition, Digga? Keine Ahnung. Ich hab so ein Gefühl, irgendwie so Leuchtspur geschossen oder sowas. Ja. Digga, ich hab ihn grad noch gesehen. Achtung! Da sind zwei Stück im Haus drin oder in der Garage hier. Da ist einer! Hab den! Ah! Andere Seite! Raus! Jawohl! Ach komm! Von hinten! Dieser spawnte auch direkt hinter mir, das gibt's doch gar nicht. Oh! 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 Alter! Ja, genau! Ja, moin! Ja, moin! Äh, direkt Hane um die Ecke rum! Auf dem Auto! Ja, ich hab's gesehen, ja! Ja, ich hab's gesehen, ja! Ach, Dinger! Ah! Was hält das jetzt? Nein! Hä? Ach, Dinger! Ach, der hat mich direkt gewollt. Komm, ich hab die geblendet gehabt, ich hätte die holen können. Digga, ich hätte die so easy holen können. Ich hab grad zwei Leute geblendet, dann hätt ich die noch geholt. Ja, genau die hat dich auch geholt. Ja! Mies! Sexy untereinander! Ich steh da einfach direkt und warte, bis wir aus dem Spawn rauskommen. Ja, nochmal! Da bist du jetzt! Ja! Ach, Dinger! Das ist sowas von... Das ist einfach zum Kotzen, ganz ehrlich. Sowas... Die spielen einfach richtig ehrenlos, manche. Okay. Jetzt kommt... Jetzt hängt's wieder. Es kommt gleich irgendwas Spannendes, wenn das bei mir so hängt. Bin ich gespannt, was kommt. Okay, Digga, jetzt hab ich den schwarzen Bildschirm. Das ist grad für ein Move. Ach, jetzt kommt's erst. Belohnung... Jetzt hab ich aber vier Belohnungen bekommen. Hey, das war jetzt aber... Neunzehn zu dreizehn, Digga. Ich dachte jetzt, ich wäre besser gewesen. Ähm... Bartix? Yes? Ich glaub, du bist bei mir nicht mehr drinne. Nope. Mach kurz Pause. Chill, warte. Wie war das nochmal? Oder war das... Jetzt hab ich gar nicht gesehen, ob ich ganz oben immer noch war, oder ob ich unten war. Hast du das bei dir angezeigt? Ich hab... Ne, hab ich nicht geguckt. Gerade. Also, ich... Weiß halt... Eins als Bericht, dass ich dann was geschossen hast. Ja, das weiß ich auch. Ah, da... Nein, da war noch einer kurz über mir. Du warst eins unter mir. Und ich war zweite von oben. Ah, okay, stimmt. Kannst ja nochmal nachgucken. Jo. Hm. Stimmt für Rate-up. Jo. Gut. Ich mag die andere Map teilweise schon, aber... Da kämpfen sie auch immer richtig mies. Ja, auf Raid aber auch. Ja, klar. Aber Raid... Das ist halt offensichtlicher, weil es nicht so dunkel ist, deswegen was? Ja, und nicht so verwinkelt. Mhm. Und sich tausende Gassen, wo aneinander sich kreuzen. Da weißt du wenigstens noch eher, wo der Feint herkommt. Ja eben, das ist eigentlich das gleiche wie bei Nuklauen. Ja. 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 Deswegen liebe ich Spiele ohne Ladebildschirm. Ja. Hollywood Hills. Wer hat den Drip? Ich hab den Drip. Wer kennt das Lied? Schreib's mal in die Kommentare, wer das Lied kennt Hollywood Hills. Da hat... Da hatte ich mit... Ja. Da hatte ich mit dem Kumpel mal den Geiste fail. Echt? Mit dem Lied? Ja. Ich hab Sprach... Ich hab Sprachsteuerung in meinem Auto. Und äh... Kumpel wollte das Lied hören. Und hat aber vergessen zu sagen, Spiele. Da hat mein Auto gemeint, okay, einmal, wir starten jetzt die Navigation nach Hollywood Hills. Wir verlieren diesen Kumpel. Echt, oder? Ja. Ja, moin. Waren wir aber da ein paar zu viele Kilometer, da hab ich abgebrochen. Tja. Oh shit, was war das? Du Dreckiger. Oh mein Gott. Der steht direkt vor meiner Fresse und ich seh den Spaß nicht. Achtung, da ist irgendwo einer. Hab ich. Ähm, hast du grad mit mir geredet? Ja. Der wird direkt ja nicht gespawnt. Alles klar, bist du auch nicht. Okay, weil... An sich bin ich nämlich weit von dir entfernt. Weil... Ich renne nicht mit einem gegnerischen Spawn rum. Aaaaah! Der würde schon wechseln. Okay, ich glaub wir haben einen Spawnwechsel. Ja man! Spawnwechsel! Jaaa! Jaaa! Wo bist du, hey? Tickle, Spawnwechsel! Mit Dreckiger! Juhu, juhu! Oh man! Das ist mal ein Headset weggeflogen, Alter! Das ist mal ein Headset weggeflogen. Boah! Ma ja. Na ja. Das war der Dreckiger. der wahren konnten voll viele machen das steht mir vor meinem blick und ich sehe ihn nicht nein mit lauter Mine, Alter Alter und der war weg hier, Moin ich bekomme meine Mitspieler geblendet du kannst dich nur selbst blenden, deine Mitspieler kannst du Gott sei'n nicht blenden wir alle Granaten haben wir öffnen, Moin Achtung von diesem Tor Nein Wir drangen durch Gasmine beseitigt Ok, ich glaub es war doch nicht schlecht, nicht mehr um die Map zu nehmen Ha Also die Map an sich geht schon Ja schon Absolut überzeugend Holy shit Nein Die campen halt an einer Stelle grad Ja, dahinten, links und da vorne Ja Er rennt mir in mein Blickfeld rein, du Eumel Nein Nope Voll reingerotzt Jetzt kämpft er die Irrte Alter, ne oder? Mist, das war ich selber Ich hab' nicht mehr Aber ich glaub' oben ist Ich glaub' oben ist da aber noch einer Anton, da kommt einer gleich Hast du den ja drastisch Ja EIN Fuck, hinter mir von beiden Seiten Du Dreck Depp, du blöder Ich hab' vier Abschlüsse hintereinander Ich hab' den geholt Der hat dich gekillt und hat mich nicht gesehen und dann ist er weggelaufen Ja Vorm, Digga, Geschütze, jetzt geht's ab Aber mich haben sie geholt Hauptsache, ich könnte mein Geschütz noch aufstellen, das ist alles Drei Alter, mein Geschütz geht ab, ohne Witz Aber das rassiert grad richtig, ey Aber gegen das Strich, oder? Ja Wo war da einer? Woher, wer die Granate gerät? An meinem, äh, Geschütz sind welche? Ich weiß Ist doch grad mehr angezeigt, ja moin Ah, jetzt kommst du mit dem Geschütz, ja moin Ja Achtung, da ist noch einer Habt den Den doch nicht Habt den doch nicht Ist einfach leise, man Feindliches Geschütz, Gemeinsatz, Gewitterfekt Fuuuuh Wenn ich jetzt da, pieg und ne Granate werf, geht das schief aus Feindliches Spionage auf der Fußzeuge an Granate Ja man, ich hab's geholt Ramm, Digga Feindliches Geschütz, Gewitterfekt Nein Ich hasse dieses, verfickte Drecks Nachladen Das kotzt mich so an Jedes Mal dieses Nachladen Okay, ich hab's immer selber, aber Trotzdem, ich hab jetzt nach meinem Eintreffekt Wir können jetzt alle ein Urge nachrutschen hier Ja, soll ich was sagen? Ja Ich hasse auch nachladen Ich hab's grad einmal vergessen, Alter Einmal vergessen nachzuladen Alter Meine Nerven ist mir nicht so viel im Gewalt und meine Werfe Granate Du bist an Bordern Da Ah man Ups Nee, echt nicht Nein! Ab ihn! Das Missionsziel ist zum Greifen nah! Bringt es zu Ende! Puh! Ey, du musst über mir, das geht gar nicht! Die Vorräte sind in der Luft! Hab ihn! Nein! Doch! Zug! Ich! Bam, bam, bam! Ja, okay, super! Ja, also der eine hat eine Quote von 2,9! Der Partei gesichert! Neues Fahrenkreuz! Belohnungen! Ja! 20 zu 11! Ist in Ordnung! 28 zu 15! Bescheinlich nicht so prickelnd! Also das war's mit dem Video! Das hat mal wieder mega Spaß gemacht! Natürlich mit Tiger gesehen macht's immer Spaß! Außer wenn man dann seine Killquote hört und alles mögliche! Also seine Kill- und Sterbequote! Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen! Ich wäre euch mega dankbar, wenn ihr mich supportet und meinen Kanal kostenlos abonniert! Wenn ihr Tiger seine Ansicht ansehen wollt, dann schaut natürlich auch bei seinem Kanal vorbei! Sein Kanal ist wie immer in der Videobeschreibung! Schaut natürlich auch bei seinen Videos vorbei! Lasst bei ihm auch gerne ein Like und ein Abo da! Ich wäre euch sehr dankbar! Tiger wäre euch auch sehr dankbar! Ihr könnt natürlich auch die vorherigen Videos angucken und die Glocke aktivieren! Dann werdet ihr es benachrichtigt, sobald die neuen Videos online sind! Das war's von meiner Seite! Bis zum nächsten Mal und Ciao! Servus!